Jo Leute und herzlich willkommen zum zwölften Türchen des CS4 Adventskalenders 2018 und heute gehen wieder vier Preise raus an euch und zwar wird es einmal sein Preis Nummer eins ist ein Hydra-Key, dann der zweite Preis wäre ein Han-Ju-Key, der dritte Preis wäre dann eine Galil-Archatterbox in Worldrun und der vierte Preis wäre dann heute eine AWP Mortis in Fieldtested. Die Gewinner wären ja wie immer von dem Kommentar des gestrigen Videos gezogen, alle Gewinner von gestern setzen heute aus und die von heute sind morgen dafür nicht mit dabei, weil wie gesagt jeder Gewinner setzt dann einmal einen Tag aus, damit auch mehrere Leute dann eine Chance zu gewinnen haben. Mir fällt ja gerade auf, dass wir jetzt sozusagen schon die Hälfte des Adventskalenders geschafft haben. Also an alle Boys, die bis jetzt noch keinen Skin bekommen haben, müsst ihr euch mal da ankoolen mit eurem Luck. So der erste Winner ist dir Devils-Fan. Viel Glück an alle, schreib dir als Kommentar. Du bekommst erstmal den Hydra-Key, Glückwunsch mal an dich. Der zweite Preis war ja der Han-Ju-Key, der Glove-Key und der geht heute raus an den Marcus Griffin. Noch mehr Hyped. Freut mich, dass du Hyped bist, aber ich bin mir jetzt nicht sicher, ob du schon mal gewonnen hast oder nicht. Marcus Griffin, ich glaube nicht. Der Name ist mir noch nicht geläufig. Aber an das Kommentar kann ich mich noch erinnern. Auf jeden Fall mal Glückwunsch an dich, du bekommst den Han-Ju-Key. Der dritte Preis war ja dann die Galil-Aya-Ju-Ju-Key in Valvon. Und die geht heute raus an Roman Blatt. GZ, GZ. GZ auch an dich, mate. Für den Gewinn. Und der vierte Preis war ja dann die AWP Moazis in Field Tested. Und die bekommt Luxet. 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 Ich bin mir jetzt nicht sicher, wenn man deinen Namen ausspricht. Luxet. Einfach Luxet. Ja, auf jeden Fall Glückwunsch und ich. Die heutigen Gewinner werde ich wie immer unter den Kommentaren des gestrigen Videos kontaktieren. Also mit dem Kommentaren, wo sie hier jetzt gewonnen haben. Und dort antwortet ihr dann einfach mit eurer Trade-URL und dann bekommt ihr den Skin in den nächsten 24 Stunden, sage ich mal. So, und jetzt nur noch kurz mal zur Erinnerung. Am 24. gibt es ja dann noch einen Hauptpreis, das Bowie Knife Knight in Minimal War. Also Jungs, seid eher fleißig. Und weil ich ja auch in letzter Zeit immer so oft gefragt werde, wie ich den Gewinner von dem Hauptpreis ziehen werde. Ich werde den genauso aus den Kommentaren ziehen, wie die anderen Preise auch. Nur das Video, was es sein wird, das werde ich euch dann noch verraten. Weil ich werde das Video nehmen mit den meisten Kommentaren bis dorthin. Weil ich einfach möchte, dass so viele Leute wie möglich eine Chance haben auf das Live. Und an alle, die was heute zum ersten Mal mit einschalten, sich fragen, was läuft hier, was kann man hier machen, wie kann man hier teilnehmen. Ist ganz einfach. Der CSGO Adventskalender ist ein Format, wo ich vom 1. bis zum 24. Dezember täglich ein Video hochlade, in dem ich drei oder mehr Preise für Giveaway. Insgesamt ist es eine Preis-Value von 400 Dollar, was ich hier raushaue. Ich habe, wie gesagt, noch das Hautpreis, also das Knife, den Hautpreis, was er dann am 24. rausgeht. Um bei der morgigen Ziehung dann einfach mit dabei zu sein, müsst ihr ein Abonnent meines Kanals sein. Dieses Video hier positiv bewerten und einen Kommentar unter diesem Video hier posten. Dann seid ihr auch schon bei der Ziehung für morgen mit dabei. Und dann war es es dann auch schon wieder für heute. Und ich sage nochmal noch Ciao und bis morgen. Euer Alex. Bis zum nächsten Mal.